Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. In diesem Video sehen wir uns die besten Programme zur Widerstellung von gelöschten Dateien und Anwendungen im Office-Soft-Format wie Microsoft Office an. Und auch andere Office-Suiten wie OpenOffice, LibreOffice, WPS Office, FreeOffice und andere werden wir berücksichtigen. Wir werden uns auch mit der Möglichkeit befassen, gelöschte PDF-Dateien mit dieser Software wiederherzustellen. Dateien der Office-Soft wie Präsentation, Powerpoint, Impress, Präsentation, Tabellen, Excel-Kil, Spendhits, Plan-Maker, Text-Dokumente, Word, Reiter, Text-Maker, Notizen, OnNote, Datenbanken, Access-Base sind oft wichtige Dokumente. Das können Sie sich nicht leisten. Wenn Sie jedoch Dateien von Ihrem Computer loschen und sie aus dem Papierkorb entfernen, verschwinden die Daten von Ihrem Computer. Der Inhalt des Dokuments wird nicht gleichzeitig verhindert. Wenn Sie ein Dokument plötzlich schließen, wird Ihnen angeboten, das Original-Dokument oder eine automatisch gespeicherte Version der Datei beim nächsten Öffnen wiederherzustellen. Eine solche Datei wird automatisch im aufgewandenen Bereich Dokument wiederherstellen geöffnet, wenn das Programm das nächste Mal gestartet wird. Um eine solche Datei wiederherzustellen, klicken Sie einfach auf den Pfeil neben der wiederherstellten Datei im Aufgabenbereich Dokument wiederherstellen und wählen Sie Öffnen oder Speichern oder klicken Sie einfach auf die Datei. Diese Methode kann auch zur Wiederherstellung von Dokumente in OpenOffice, LibreOffice und WP Office verwendet werden. Warten Sie jedoch, dass die automatische Datenspeicher und sicheres Funktionen zuvor angerichtet werden muss. Sie sind nicht immer standardmäßig aktiviert. Bitte beachten Sie, Word, Excel oder PowerPoint bietet nur beim ersten Neustart nach einem Absturz die Möglichkeit, Dateien wiederherzustellen. Das heißt, wenn Sie das Wort öffnen, es schließen und dann wieder öffnen, wird es Ihnen nicht mehr anbieten. Ich empfehle daher, beim ersten Start alles zu speichern, weil Sie für die weitere Arbeit benötigen. Ein ausführliches Video über die Einrichtung der automatischen Speicherung und Wiederherstellung von Dokumenten bei Microsoft Office Pakets finden Sie bereits auf unserem Kanal. Ich empfehle Ihnen, einen Blick darauf zu werfen. Ich werde den Link in der Beschreibung hinterlassen. Betrachten wir das Szenario, in dem wir grundsätzlich unsere Dokumente von einem beliebigen Datenträger gelöscht haben. Im nächsten Video werden wir über Programme sprechen, die Ihnen helfen können, gelöschte Dokumente wiederherzustellen. Fragen wir an. Beginnen wir mit Recuva. Recuva ist ein kostenloses Programm, das Dateien von Windows 11, 8, Windows 7 und XP und sogar älteren Versionen von Windows wiederherstellen kann. Das ist zwar nicht sehr effizient, aber eine gute erste Methode, um zu sehen, ob Sie eine verlorene Datei wiederherstellen können. Nehmen wir an, wir haben Dokumente auf einem Laufwerk und haben es formatiert. Danach waren unsere Daten verloren. Es könnte aber auch andere Gründe geben. Gehen wir ins Programm. Wie Sie sehen können, hat Recuva eine Suchfunktion für Ihren Datei-TIV. Recuva bietet außerdem eine TIV-Analyse und eine Funktion für erweiterte Einstellungen. Das Programm speichert Dateinamen, stellt aber die Ordnerstruktur nicht wieder her. Es gibt keine Verschausfunktion. Nach einer kurzen Analyse könnte die Software die Datei nicht erkennen. Nur durch eine gründliche Analyse war es möglich, Dateien wiederherzustellen. Auch mit Recuva lassen sich beschädigte Dateien nicht sehr gut wiederherstellen. Nach der Konvertierung eines Datenträgers in das Reef-Format konnte das Programm die darauf befindliche Datei nicht erkennen. Es funktioniert auch nur unter Windows. Die Wiederherstellung von Dateien unter Mac OS ist nicht möglich. Im Allgemeinen ist das Programm allen bekannt, hat aber eine Reihe von Nachteilen, verdient aber dennoch ihre Aufmerksamkeit. Das zweite Programm auf unserer Liste ist AIUS Data Recovery Wizard. Sagen wir mal, wir haben unsere Festplatte formatiert. Wir gehen zum Programm. Nach der Analyse hat das Programm unsere Dokumente erkannt, aber nicht alle. Selbst nach der Konvertierung unseres Laufwerks in das RAV-Format fand das Programm unsere Dateien mührenlos. Die Software strukturiert Ordner. Es besteht die Möglichkeit, das Ergebnis eines Scans zu speichern und Sie können es jederzeit eröffnen und wiederherstellen, ohne es scannen zu müssen. Die Testversion hat eine eingeschränkte Vorschau, die nicht sehr schön ist. Das Programm hat eine kostenlose Wiederherstellung der Grenze von 500 MB. Insgesamt meistert das Programm ihre Lieblingsaufgaben, aber es hat auch seine Nachteile. Der dritte aus der Liste ist GIS Interdetails Office Recovery Software. Das Programm bietet sowohl schnelle als auch vollständige Analysen. Nach einer einfachen Detailloschung und einer schnellen Analyse war das Programm in der Lage, alle Dateien zu finden. Nach der Formatierung hat das Programm nicht alle Dateien gefunden. Nach der Konvertierung des Datenträgers in das RAV-Format konnte das Programm den Datenträger nicht erkennen, weil es bei den Wiederherstellungsformaten eingeschränkt ist. Das heißt, es kann nur Daten von NTFS wiederherzustellen. Wenn die Dateien beschädigt wurden, kann das Programm sie nicht wiederherstellen. Das Programm sortiert Dateien in Ordner. Die Vorschau funktioniert nicht immer und wenn doch, dann ist sie von schlechter Qualität. Das Programm ist kostenpflichtig und hat einen eingeschränkten Funktionempfang. Aber so wird es sein, denn es ist in nur Disc Entertainment Office Recovery. Es ist eine abgespeckte Version des Disc Entertainment Programms. Es ist mir jedoch gelungen, die Dateien mit Disc Entertainment wiederherzustellen. Kommen wir nun zum vierten Programm, R-Server. R-Server ist ein kostenloses Programm. Es unterstützt verschiedene Dateisysteme wie NTFS, FAT und XFAT. Es bietet sowohl tiefen als auch schnellen Scans ihrer Festplatte. Sie können in den Einstellungen festlegen, dass fehlerhafte Sektoren übersprungen werden und die Anzahl der gefundenen Dateien zu erhöhen. Befolgen Sie die gleichen Schritte wie bei den anderen Programmen. Die Software muss nicht auf Ihrem Computer installiert werden und ist auch für unerfahrene Benutzer so einfach wie möglich zu bedienen. Hier gibt es auch eine umfangsreiche Hilfe. Kommen wir nun zu Software. Nach einer kurzen Analyse erkennt es unsere Dateien. Sie speichert auch die Struktur der Dateien. Die Dateien werden in der Vorschau angezeigt und können nur mit dem Ex-Editor betrachtet werden. Nach der Formatierung fand das Programm auch alle unsere Dateien. Das Scanning ging schnell. Das Dienstprogramm ordnete auch alle Dateien nach ihrer Formatierung. Das Dienstprogramm erkannte unsere Dateien als das Laufwerk in das Reaformat konvertiert wurde und konnte die Dateien wiederherstellen. Das fünfte Dienstprogramm auf unserer Liste ist dieses Drill. Es unterstützt alle Dateisysteme. Das Dienstprogramm bietet sowohl eine vollständige Analyse als auch eine Schnellanalyse. Es bestätigt die Möglichkeit, Daten vollständig von einem Datenträger oder von einer gelöschten Partition wiederherzustellen. Außerdem verfügt es über eine Funktion zum Sicher der Fassplatte. Nach einem schnellen Scan konnte ich die Dateien nicht wiederherstellen, da die Software einfach nichts erkannte. Nach einer Aktivanalyse zeigte das Dienstprogramm die Dateien an. Der Name des Originaldokuments wurde nicht wiederhergestellt und im Vorschaufenster wurde nichts angezeigt. Das Dienstprogramm sortierte jedoch alle Dateien nach ihrem Typ. Er bestätigt die Möglichkeit, den Scanvorgang zu speichern, sodass er zu jedem beliebigen Zeitpunkt geöffnet und wiederhergestellt werden kann, ohne dass ein Scanvorgang erforderlich ist. Alles in allem ein großartiges Programm, aber mit seinen eigenen Besonderheiten. Das letzte Programm für heute ist Hackman Partition Recovery. Hackman Partition Recovery stellt Daten von beschädigten logischen Partitionen wiederher. Hündert und zeigt unwiderlich gelöschte Dateien an, liest den Inhalt von gelöschten Flashlaufwerken und Speicherkarten schnell und ohne unnötige Aktionen seitens des Benutzers. Dies ist das vielseitigste Dienstprogramm unter dem in diesem Video gezeigt. Seine Funktionalität ist nicht auch die Wiederstellung bestimmter Datenformate und die Arbeit mit bestimmten Datenträgern beschränkt. Gehen Sie auf das Dienstprogramm. Das Tool hat eine schnelle und vollständige Analyse. Wenn Sie versetzliche Dateien mit Umschalt plus entflaschen, anstatt das Laufwerk zu formatieren, verwenden Sie die Schnellanalyse. Das Dienstprogramm behält die Ordnerstruktur bei und es gibt auch ein Vorschaufenster. Das Programmmenü ist so aufgebaut, dass Sie keine Probleme haben werden. Alle Daten können in drei Schritten wiederherstellt werden. Wählen Sie ein Laufwerk oder ein Medium aus, geben Sie die Art der gewünschten Analyse an und führen Sie sie aus. Wenn Ihre Dokumente unsprich im Start-Order gespeichert würden, führen Sie einfach eine Überprüfung des Dokuments Ordners durch. Es besteht die Möglichkeit, die wiederherzustellenden Dateien nach Typ zu sortieren. Fassen wir also alle Programme zusammen, die für Video aufgenommen wurden. Ich habe den Eindruck, dass alle Programme Aufmerksamkeit verdienen. Aber ich würde heute noch praktisch in Recovery und US-S empfehlen. Erstens ist es die einfache Schnittstelle des Dienstprogramms. Zweitens können die Programme ihre bevorzugten Dokumentstypen verarbeiten. Die Dienstprogramme behalten die Struktur der Dateien bei und es spielt keine Rolle, was die Ursache für den Datenverlust ist. Vorschau und ein Ex-Editor sind in den Programmen verfügbar. Nun zurück zu den Programmen, die mich nicht besonders beeindruckt haben. Es handelt sich um die entsprechenden Datenverlusten für Recrua und R-Server. Obwohl sie sehr bekannt sind, haben sie Schwierigkeiten, mit beschädigten Dateien umzugehen und die Vorschau wird nicht immer angezeigt. Es gibt viele andere ausgezeichnete Dienstprogramme wie PK-Inspector, File Recovery, Softperfect-File Recovery, Puran-File Recovery. Erwähnenswert ist Hetman Office Recovery, ein Programm, das speziell für die Wiederherstellung aller Erzählungen von Dokumenten entwickelt wurde. Es lohnt sich auch sie abzuschaufen. Und das war's. Alle im Video vorgestellten Programme wurden nach eigenen Ermessen und aus der Erfahrung mit den verschiedenen Dienstprogrammen zusammengestellt. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nutzlich. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.